Hier, Supernick. Supernick erzählt von einem Schultag im Leben von Nick. Der hat nur eins im Sinn, er will alle übertreffen, einmal der Beste sein. Doch erst muss er noch die Sportstunde mit dem Vertretungslehrer überstehen. Der ist total durchgeknallt. Ihr habt bestimmt schon mal so einen Kriegsfilm gesehen, mit einem totalen Psycho-Ausbilder, der seinen Leuten dauernd nur anbrüllt. Denkt euch die Uniform weg, dann habt ihr Trainer John. Ich würde Supernick allen empfehlen, die schon direkt Tagebücher gründen.